Sie wollten immer schon mal wissen, warum man Kartoffeln nicht mit dem Messer schneiden darf, wieso wir so überaus empfindlich auf Gerüche reagieren und Sex normalerweise hinter geschlossenen Türen haben, wieso moderne Gesellschaften so fundamental auf Selbstbeherrschung beruhen und der Abstand, den wir gegenwärtig in der Corona-Krise zueinander einhalten, eigentlich nur das i-Tüpfelchen einer sehr, sehr langen Entwicklung ist. Dieser Klassiker ist das Buch, das Sie jetzt unbedingt lesen müssen, Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Sie sehen schon an meiner Ausgabe, es gibt extrem viele spannende Stellen darin und Sie werden sie alle selbst herausfinden oder aber dieses Buch unter den Weihnachtsbaum legen, damit andere Menschen auch erhellende Erkenntnisse haben. Ein frohes Fest!